Köln-München, dpa, die Handelsriesen Edeka und Rewe investieren angesichts der wachsenden Konkurrenz aus dem Internet Milliarden in ihre Lügen. Allein Rewe wird in diesem Jahr insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro ausgeben, um sein Ladennetz in Europa zu verbessern, mehr als 900 Millionen Euro davon in Deutschland. Das teilte das Unternehmen mit. Geplant sei die Eröffnung von rund 250 Rewe- und Penny-Märkten in der Bundesrepublik, und weiteren 200 Filialen im Ausland. Gleichzeitig investiert das Unternehmen erhebliche Summen in den Online-Handel. Anführungszeichen Die Rewe Group ist einer der expansivsten Player der Handelsbranche in Deutschland. Anführungszeichen, sagte Stefan Kuf, Rewe-Bereichsleiter Expansion Handel Deutschland. Wachstumsimpulse erwartet der Lebensmittelhändler auch durch strategische Kooperationen wie die mit Aral. Fanden sich Ende.